ich jetzt hier drei stück von oder nicht nur 1 okay die wahrscheinlichkeit kristen schaden zu verursachen alter ich muss aufhören ich habe nicht genug und ich habe dafür glaube ich auch nicht wirklich genug also hallo wir gehen mal wieder rein und wo ist jetzt der komische computer vor dem nebenrahmen okay hier gibt es noch weiter also also wieder ein hoffen wir dass das markt noch da ist warum sollte es nicht ist doch nicht von stefano es war ja erschaffen worden meines achtes gut jetzt kommen wir gleich durch ist auch sehr schön falls er überhaupt noch lehrt ich kann es mir nicht vorstellen vielleicht ist er auch bloß ein neues viech na wir werden mal sehen ja was die hätte ich rein da okay war schön auch schön brauchen wir zwar nie doch für den everkampf werde ich glaube ich noch mal die armbrüste ein bisschen aufrüsten verflüssiger okay wahrscheinlich im kältebeizeln herzustellen schön schön so licht an auf geht's hier wird doch bestimmt gleich wieder der blöb kommen oder halt noch was noch mehr nägel kann man nicht genug brauchen okay wieder mal eine kleine spielerei hier sind es zwei zwei vier sechs eins ernsthaft na gut die oder muss hier gewesen sein vielleicht habe ich deshalb nie nicht erreicht oftmals unterschlupf ist in der nähe ich sollte mal nachsehen alles klar sechs von elf ich glaube ich habe noch ein paar liegen lassen leider weil ich wollte die mir eigentlich am ende noch mal angucken aber wir werden es trotzdem machen so was haben wir hier nichts kann ich den komischen karren rausziehen hallo hallo komm 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 hier steht wieder hallo lass mal los ich stelle hier noch eine komische frequenz zu sein äh direkt hinter der wand ah ok ok da gehe ich gleich nochmal gucken aber ich will erst ich will erst mal hier unten runter man dass der immer alles hauen muss schrotflintenwerk äh werkzeugmonie natürlich natürlich eher nicht yay 30 äh dann kann hier nicht mehr munition drin sein dann würde ich vielleicht auch mal meine kapazität ein bisschen aufleveln aber er bringt ja momentan noch nichts so dann scheiß kaum können wir da stehen lassen ok da komme ich auch gar nicht hin da hab ich hier irgendeine na nö vielleicht später wir gucken mal aber das müsste ja hier dann irgendwo in der wand sein na gut na 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 ein sicheres räumchen hoffmann sind sie da ah jetzt muss ich erstmal überlegen wer wieder wer hoffmann war ah ok hä ich komme immer noch nicht zum signal das dürfte dann der tote operator sein noch ein signal was ist hier passiert die ist tot was ist hier liam bist du das warum entfängt mein kommunikator dein signal naja ist doch egal wo bist du was das ist Alles klar. Ah, wir müssen... Wir müssen doch nicht zurück. Oh Gott. Ich hoffe, wir sind siezen. Zeit innerhalb des Stamps war schon immer ein recht kniffliges Konzept. Das Verschwinden des Kerns und der Zusammenbruch von Union haben es jedoch noch um einiges verschlimmert. Die Veränderungen hier wurden sogar noch heftiger als Sebastian Aufbach, um Stefano gegenüberzutreten. Er ist wohl gescheitert. Mit den Überwachungskameras konnte ich alles genau im Auge behalten. Nicht nur Union verändert sich, die Zerstörung hat sich auch auf das Mark selbst ausgebreitet. Es formt sich um, wird moduliert. Gegenstände erscheinen wie aus dem Nichts. Kreaturen, die sich jeder Vorstellungskraft entziehen, wandern durch die Gänge. Ich werde diesen Unterschlupf erst verlassen, wenn ich einen verdammt guten Grund dafür habe. Aber wer weiß, wie lange ein Unterschlupf hier drin noch Sicherheit bieten kann. Okay, ich glaube, die Stimme war echt scheiße für die Frau. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Aber das ist ja... Oh. Das ist ja alles noch in der Übungsphase. Ich mache das ja erst drei oder vier Monate. Voll gehoffen, aber da war doch noch eine Tür. Weißt du was, bevor ich hier wieder was vergesse? Ich gucke mal durch die andere Tür, falls es da überhaupt lang geht. Warum ist das hier eigentlich nicht offen? Der Gute wollte für uns alles aufmachen, aber nö, das macht er nicht. Habe ich hier eine Karte von Mark? Okay, hier komme ich zu meinem anderen Computer. Ah, hier komme ich auch wieder raus. Ja, Erik? Machen wir, da können wir immer hin. Ach, jetzt habe ich eine neue... Okay. Ausweislich eine neue Mission angenommen. Äh... Ja, warte, 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 warte. Ich muss doch hier bestimmt durch, ne? Warte, ich gucke bloß mal kurz. Äh... Ich versuche es einfach mal. Post plus war ja da. Ja, ja, voll gehoffen. Ich frage mich, ob das jetzt der richtige Ausgang war. Aber es formt sich ja um. Also so viele Ausgänge durfte es ja nicht mehr geben. Oder die müssen jetzt woanders sein. Theoretisch. Ist ja alles bloß wieder irgendwas, das hier drin hat. Ja. Ihr wisst ja. Die blühende Fantasie. Und ich bin gespannt, ob ich mit meiner Fantasie zumindest in einem Punkt recht habe. Oh, komm. Er hängt... Er hängt bei... Er hängt bei 99. Oh. Nein, er ist fertig. So. Aber hier leuchtet es grün. Also eigentlich müsste das doch die Mission sein. What the... Momentchen. Jedes Mal, wenn wir hier wieder rein und raus spawnen, ist das dann alles wieder neu. Kann das sein? Rotes Gel. Ja, ich weiß. Aber warte mal. Okay, ich muss hier drüben. Alles klar, es war richtig. Und ich hoffe nicht, dass die Alte wieder da draußen rumlungert. Oh, ich höre schon wieder irgendwas. Oh, fick dich. Oh nein. Was haben die hier zu suchen? Aber wir sind ja leise, ne? Wir tun hier auf Sanftpfoten schnell. Oder wir gehen hier auf Sanftpfoten schnell durch die Stadt. Oh, hau ab, ey. Ja, zündel da hinten weiter rum. Oh, jetzt sind die Kotzeviecher nicht mehr da. Jetzt sind die Fackelviecher da, oder was? Okay, okay. Ich muss ja nur an denen vorbei. Was? Wer labert die jetzt hier mit mir? Oh, oh, fuck. Was haben wir hier? Nägel brauchen wir immer. Okay, ist der Zinn ab. Oh Gott. Vielleicht bemerkt er uns ja nicht. Alter, darf man hier rumzukotzen. Alter, diese Geräusche sind beide schlimmer wie die Viecher, ey. Oh, ist ja eklig. Oh, natürlich ist da noch einer. Nein, du hörst nichts. Oh, piss dich, Junge. Weiß nicht, geht das euch auch so? Jetzt guckt doch mal woanders hin. Boah. Also ohne was, die Geräusche sind schlimmer wie die Viecher an sich. Ach, da rennt ja noch ein Zündeltyp rum. Ja, der sieht uns auch gleich. Natürlich sind das auch zwei. Tschüss. Scheiße, wo waren jetzt hier die... Ich seh... Nein, ich seh die Tür nicht. Scheiße, wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die scheiß Tür? Fuck, die war hinten. Äh, oder? Nein, lieber hier. Nein. Ich hoffe, das war jetzt... Ja, also... Ehrisch. Da sind sie ja, gut. Was ist los, Sykes? Ich bin ziemlich beschäftigt. Hey, ich sollte mich doch melden, bevor ich gehe. Haben Sie Ihre Hintertür? Schauen Sie selbst. Glückwunsch. Sie müssen mir das erklären, wenn ich Lily später hier rausbringen muss. Kein Problem, aber es läuft so. Sie müssen mir helfen, zuerst hier rauszukommen. Ihnen helfen? Ich weiß doch gar nicht, wie diese Computer funktionieren, Sykes. Dabei brauche ich keine Hilfe. Ich habe die Server gehackt, um Zugang zu einem Sperrgebiet zu erhalten. Dort befindet sich eine Wanne, mit der ich hier verschwinden werde. Leider ist der Strom ausgefallen. Und ein Haufen dieser Dinger treibt sich da auch rum. Der verdammte Zusammenbruch betrifft alle Stem-Regionen. Wenn Sie den Strom einschalten und den Ort säubern, komme ich endlich hier raus. Was springt für mich dabei raus? Ich zeige Ihnen, wie man die Wanne benutzt, bevor ich gehe. Na? Okay. Einen Versuch ist es wert. Danke, Mann. Melden Sie sich, wenn es sicher ist. Wie ist jemand wie Sie überhaupt bei Mobius gelandet? Jemand wie Sie? Was soll das denn heißen? Ich meine damit, dass Sie ein Herz und ein Rückgrat haben. Mobius bevorzugt Leute, die entweder kalte Schlangen oder unkritische Anhänger sind. Sie sind keines von beiden. Was glaubten Sie denn? Äh, nichts. Ist egal. Wissen Sie, ich habe sogar nach Ihnen gesucht, um beizutreten. War gar nicht so einfach. Die wissen, wie man Spuren verwischt. Warum sollte man sowas tun? Ist ja nur die mächtigste Organisation der Weltgeschichte, Alter. Also warum nicht? Und Sie finden nicht, dass deren Handlungen kriminell sind? Hey, es ist nur kriminell, wenn es verfolgt wird. Wie heißt es doch gleich? Quiz custodiat ipsus custodes. Nicht wahr? Äh, klar. Ich, äh, ich nehme Sie beim Wort. Ich muss sagen, ich war überrascht von Ihnen zu hören. Wem sagen Sie das? Ich habe mich versteckt, um das mit der Hintertür zu schaffen. Zwischendurch aber auch mal rausgeschaut. Alles spielt verrückt. Was passiert da draußen? Ein wahnsinniger Versuch, Union zu übernehmen. Es war klug, hier drin zu bleiben. Sonst hätte man sich vielleicht gehäutet und gefoltert. Klingt ja düster. Ich passe. Und was noch schlimmer ist, der Kerl will Lily in die Finger kriegen. Wenn der Plan funktioniert, können Sie sie in Sicherheit bringen, sobald Sie sie finden. Ja, alles klar. Gut, betritt es... Nochmal. Betritt den Experimentierflügel, Mark. Besiege alle Gegner und schalte den Strom wieder ein. Näh. Der letzte Schritt, naja. Was ich mich bloß frage, hätten wir dann die Tante nicht auch irgendwie rausholen können? Ich meine, ihn kann ich ja rausholen. So, vorher nochmal Käffchen. Versteht sich. Auch wenn unsere Gesundheit ganz gut aussieht, aber irgendwie... Habe ich das Gefühl, es könnte ein bisschen länger dauern. Oder wir werden oft sterben. Das geht genauso. Na gut. Okay. Ziehen wir es durch, bevor ich kalte Füße kriege. Wir machen das. Irgendwie machen wir das. Obwohl ich mich frage, würden wir ihm jetzt nicht helfen, würden wir überhaupt nie wieder hier rauskommen? Also, gibt es dann auch ein komplett anderes Ending? Weiß nicht, könnte aber gerne mal schreiben, weil ich werde es die anderen Endings, glaube ich nicht, nicht durchzocken. Oder eventuell, wenn es wie beim ersten Teil ist, wenn man halt seine ganzen Sachen, die man aufgelevelt hat und so behalten kann, es wäre doch mal ein Anreiz, ein anderes Ende freizuschalten. Aber ob ich das halt dann im Let's Play mache, weiß nicht. Och ja, voll. Voll, Mann, du bist selber voll. So, äh, alles klar. Ich hoffe nicht, dass das die Großwesen habe ich hier überhaupt noch. Oh, 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 oh. Wann haben wir die gekriegt? Wann brauche ich mir die gekriegt? Äh, toll. Haben wir überhaupt irgendwelche Pfeile? Äh, irgendwelche Bolzen? Wow. Naja, besser wie nischt. So, meine Süßen, auf geht's zum Tänzchen. Ich freue mich schön. Sieht verlassen aus. Nein. Unheimlich. Einfach alles töten, was sich bewegt und den Strom wieder einschalten. Was? Okay. Ist also normal. Äh, hat er vielleicht noch ein bisschen was für uns? Natürlich nicht. Können wir hier durch? Auch nicht. Äh. Nein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Muss ich da vielleicht sogar lang? Äh. Was? Wo denn? Wo denn? Boah, hier. Hier würde ich am liebsten gleich mal so, so. Oh. Oh. Shit. Shit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das dumm war. Äh. Nein. Nein. Alter. Das war 1A in die Birne getroffen, Junge. Ich weiß auch nicht. Äh. Ach so, er muss erst mal wieder nachladen. Nein. Hau ab. Nimm die Flasche. Die letzte. Na toll. Uuuh. Oh Gott, das kann dauern. Oh, warte mal. Nein. 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 Äh. Warte, warte, warte. Ja, ich kümmere mich gleich um dich. Ich kümmere mich gleich um dich. Juhu, nach dem 50. Mal, ey. Scheiße. Ah, fuck. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Shit. Aber, 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 aber. Hier ist grün. Oder hier leuchtet es grün. Vielleicht kriege ich hier ein bisschen mehr Muni oder so. Oder vielleicht kann ich hier irgendwie versteckt angreifen. Ähm, hat er was? Er hat natürlich nichts. Er hat natürlich nichts.